Guten Morgen meine Lieben, heute mal ein etwas anderes Unboxing, wie ihr hier sehen könnt, habe ich Post bekommen. Ja, es ist Freitag der 2. Lass mich überlegen. Der 2. oder der 3. oder der 6. Keinen Plan heute. Und ich habe um 9 Uhr schon meine DHL Post bekommen. Es sind zwei Pakete. Einmal von Nählpfannen und jetzt wird es etwas komplizierter. Einmal von SaturnOnline.de. Und das Paket und das Paket hängen in gewisser Weise miteinander zusammen. Aber wir packen jetzt erstmal das aus. Zum Öffnen werde ich euch kurz an die Seite legen und dann, wenn es offen ist, zeige ich euch den Inhalt. Jetzt haben wir das Ding mal geöffnet und ja, ich bin etwas durch den Wind gerade eben, weil ich damit zwar gerechnet habe, im heutigen Tage, aber nicht wirklich so früh. Das haut mich jetzt gerade ein bisschen zurück. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt zuerst mal das hier aus. Dazu habe ich mir ein Beutelchen hingestellt, weil ich diese kleinen Styropor-Teilchen hier nicht wirklich in meiner Wohnung rumliegen lassen möchte. Die sind nicht unbedingt gesund für den Hund. Und da wir einen Beutelchen haben, wie einige vielleicht wissen, sollte man das schon weglegen. Das ist meine Rechnung vom Nähpfann. Wie immer ein kleines Infoblatt dazu. Und weiter geht's mit Styropor und Styropor. Jetzt habe ich doch daneben gehauen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das schon rauskriegen. Ich denke, das ist jetzt endgültig leer. Nochmal in so einem Briefumschlag verpackt. Okay, schon haben wir es offen. Ich habe nämlich bestellt ein Nagelöl, Nagelhautpflegeöl, Kokosnuss. Und da kosten 15 Milliliter manchmal im Angebot einen Euro, ein paar in die 50 Cent. Und da greife ich natürlich zu, weil die Öle von Nähpfann echt klasse sind. Dann für meine Freundinnen einmal, nein zweimal die Kiwi. Moment, da muss noch eine sein. Ja. Noch eine Kiwi. Oh, wenn ihr wisstet, wie das hier duftet, dann für mich. Haben wir hier, Moment, das muss ich so lesen. Ananas. Und noch eins. Nein, noch zwei. Früchte-Mix, Fruits, Seagreen und nochmal Kiwi. Genau. Ja. Das war es auch schon zur Bestellung bei Nähpfann. Ich weiß, die ist nicht spektakulär, aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Wie gesagt, für das Kiwi zahle ich zwei Euro und für die anderen habe ich jeweils einen Euro und waren die 50 Cent bezahlt. Normalerweise kosten diese Nagelöle 4,99 Euro oder 59. Und da muss ich sagen, also wenn die im Angebot sind, hole ich mir immer wieder verschiedene Düfte, bis ich sie irgendwann alle habe. Und das sind viele. Ja, meine Lieben, das war es zu dem Video, zu dem Unboxing. Und beim zweiten Unboxing hole ich euch gleich wieder dazu. Aber vorher packe ich den Karton, mache ich den Karton erst mal auf. Also bin ich, den Karton! Ganz ruhig! Vielen Dank.